Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Da ist ja wieder Monkey King & Fee und mit unserem guten Freund Wettwin Gaming, der sich gut aus sehr freut. Wow, welcome back guys. Also, Punkt Nummer 1, dass ihr das jetzt mal gleich nachher dann eigentlich prinzipiell auch schon auf Wett in seinem Bildschirm seht. Er wird auch kleiner, sehe ich gerade. Jo, wir befinden uns direkt nach einer ziemlich langen und harten Grinding Season. Und das heißt jetzt wiederum, meine Damen und Herren, wir haben jetzt alle, nach Endloslagern, Sachen Dingens, endlich auf Level 25 gebracht und zwar jeden. Also jeder von uns hat jetzt Level 25 Bieste, ich nenne sie absichtlich Bieste, gestartet mit meinem Blubella, das Blubella, gelinkt mit deinem Azuric. Ja, der war er. Jane, 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 ich habe keine Ahnung. Dieses Ding zu trainieren war der Horror. Allerdings haben wir jetzt hier ein kleines Azuril mit Huge Power. Das nicht entwickelt werden darf. Mit Watergun, Slam, Cut und Bubble. Genau, und als nächstes kommt bei mir übrigens jetzt Hundemon. Also Lucy hat sich entwickelt während des Dings, Level 24 glaube ich war das. Es gelinkt mit deinem... Mit meinem Neppy. Und zwar hat er hier Guts, ist nicht schlecht, wenn wir ein Burn-Up oder so bekommen, wäre das ziemlich nice. Mit Low Kick, Revenge, Seismic Toss und Karate-Job. Nur Attacke, nur Fight. Nur Fight. Und als letztes haben wir mein Saira, also mein Raichu mit gelinkt deinem. Mit meinem Bips, mit meiner Aquana, mit meinem Aquana, mit einem Erna, aber es ist eine Sie für mich in meinem Herzen. Mit Tackle, Thunder Punch, Water Gun und Quick Attack. Ich find's irgendwie trotzdem noch lustig, dass die Thunder Punch, also eh, ja, ist eine Sie, ja, eine Thunder Punch kann. Ja, ich hab die Items, also die, die, die Kompetil... Blablablablablablablablablablablabla. Kompetil... Fuck this shit. Fühlenmuster. Zensur! Ohoho, der kommt's wieder. Die Teames gerandomisert. Von daher, ja. Wir sind immer noch hier an unserem kleinen süßen Ort hier in Viridian City. wir haben uns hier relativ mühsam hoch gegrindet und ja mit ein bisschen hin und her gelaufen genau und jetzt schauen wir dass wir so schnell wie möglich wieder zurückkommen damit ihr go away old man ist das denn nein wo ist mein bicycle da ist mein bicycle wir haben auf jeden fall eine anstrengende reise vor uns das heißt wir werden noch tränke und alles kaufen ich habe schon ich glaube ich habe ich habe ich habe nur tränke eigentlich so das heißt wir dürfen uns jetzt also du darfst uns jetzt navigieren durch den tunnel den nur du sehen kann ich nicht weil ich weiß nicht warum ja aber ich bekomme keinen flash er bekommt ich glaube das liegt daran weil meine pokémon alle in den decks drinnen sind oh mein gott dieses ding wäre so cool gewesen oh mein gott was haben wir wieder für encounters warte fang ich schon mal gut an dass wir es gleich direkt so einen encounter haben den kennen wir ja schon so warte durch diese höhle durch die glitz cave auf jeden fall niemanden flash beibringen weil das wäre einfach nur eine verschwendete hm ach so in der edition kann man das ja nicht verlernen der wäre auch nicht schlecht gewesen zwei gast auf unserem schirm wuhu spooky also das ist immer so toll wenn man topsy oh yeah gar keine erfahrung als wären sie nicht schon stark genug die dinge nein nochmal gleich mehr erfahrung holen come on no encounter please hallo da ist ein tourzug auf deinem feld ja ich weiß soll ich das mit absorber töten oder magical leaf ich könnte es wahrscheinlich wohnen es wären fette ja magical leaf es ist super effektiv it's super effektiv there it comes mr bubble warte ich muss mich noch geschwind hochheilen wieder mit absorber eigentlich eigentlich mochte ich ja die pflanze pflanzen pokémon immer sehr gerne wegen absorber weil ich die immer sehr gern gemacht habe zum beispiel ich hatte immer sehr gerne egelsamen drauf gehauen und dann den absorber damit ich ja nicht sterbe das ist ein pro strad ja das ist meine strad es ist meine strad es ist meine strad wie kann dieses ding schneller sein als ein verdammtes masschlag naja die muskeln weil es verkampfen ich kann es verstehen oh mein Gott warum kann ich das nicht fangen ein psychaner und ich habe schon wieder einen tourzug WTF Turtag will dich nur nicht für einen raus ich darf nicht es ist verpumpen ich darf es nicht fangen Es sind die Regeln, Turtur, geh fort. Komm durch die Höhle, komm durch die Höhle. Fang mich bei der Höhle. Nein, es ist verboten. Ich habe auf jeden Fall schon die Map hier offen. Ja. Damit wir uns sputen können, haben wir... Da haben wir den Encounter gemacht, wenn du das wissen willst. Nein. Aber wir haben die Arena nicht gemacht. Die Arena. Stop and rewind. Wir müssen die Arena noch machen. Welche wäre das denn gewesen im Normalfall? Ich meine, das ist eh random. Echt, jetzt dreimal hintereinander zuzockt? Wirklich nicht. Damit wir überhaupt Flash einsetzen könnten, theoretisch. Könnten, wenn wir es wollten. Aber wir wollen... Ich ja nicht. Wir können die Arena auch skippen. Skippen? Einfach weglassen? Wir brauchen sie theoretisch nicht. Ja, aber... Aber Arena 3 können wir ja nur dann machen, weil wir Arena 2 gemacht haben, oder? Oder liege ich da jetzt falsch? Nein, wir haben ja Arena 3. Äh, wir haben Arena 2. Wir haben zwei Orden. Ach ja, stimmt. Voll. Da war ja was. Ja, Misty. Wer war nochmal der Erste? Äh, Rocco, glaube ich. Rocco. Ach, ist die? Ah ja, Mr... Are you sure about that? Schnell! No! Mr Suspicious himself. Ich spute dich. Ja, ich habe es wieder erwähnt. Mach es weg. Mach es weg, oder du hast viel zu zensieren. Okay. Magical Leaf sollte das eigentlich schaffen, oder? Nein, das ist Ice Resistor. Das ist Flu. Und du solltest schauen, dass du wegkommst. Es macht dich fertig. Es macht dich fertig. Ja, ich bin weg. So wie es Castform genommen hat und einfach... Rassengang! Das war... Das war... Oh mein Gott, echt jetzt. Dieses Fahrrad und dieser Controller. Ich musste jetzt übrigens den Controller wechseln, weil der andere, der das Steuerkreuz ein bisschen besser hat, einfach buggy as fudge ist, weil er jedes Mal ausgefallen ist, einfach random. Und jedes Mal, wenn ich ihn neu gestartet hatte, kann Mr. Wetwin das bestätigen, dass jedes Mal mein Mikro dann ausgefallen ist und der ganze Chat wegmachen. Und ich so, alles einfach... Ich muss auch's zugeben, ich seh ihn auch jetzt nicht. Ich hab ein süßes Lächeln mit schwarzem Bildschirm hier, aber ich höre ihn noch. Nein, er ist weg. Aber vielleicht höre ich ihn. Oh nein! Ich bin da, ja. Oh, Monty ist wieder da. Wie sind die News hier drüben bei dir? Genau, ja, hier ist es kalt, wissen Sie? Bei mir ist es dunkel, deswegen habe ich dir meine schöne Lampen. Oh mein Gott, I have lights. Same as you. So, gehen wir an. Zuerst schweigern. Das machen wir vor dem Arena-Leiter. No, I don't. Das Einzige, was ich nur weiß, ist, dass links drüber oder drunter der Switch ist. Okay, links drüber. Ich hab witzigerweise einen schon... Ah, nicht, du hast schön, nicht? Der erste Lektor habe ich auch, ja, okay. Okay. Nein, eigentlich meint er, wurscht. Okay, passt, da ist er nicht. Okay, den ersten habe ich ja schon. Den hast du nicht. Nein, der deaktiviert sich wieder. Oh, achso, okay. Schau weg, schau weg. Yes. Karotte-Job, Mappy. Oh mein Gott, der resetet sich ja wirklich. Ja, er resetet sich, habe ich ja gesagt. Okay, warte, ich nehme... Du kannst mir was glauben. Ja, ich glaube dir. Okay, das heißt, der ist jetzt wieder irgendwo anders. Kann das sein? Okay. Dann kämpfe ich halt einfach. Weißt du, mein der Meister ist, brauche ich mich eh nicht auf Elemente konzentrieren. Guck mal, was auf meinem Schirm ist. Warte, was jetzt kommt oder... Azurin? Oh, that's not fair. That's not fair. What are you doing? What are you doing there? You're the wrong team, man. Hey, I'd like to be in your team. Please catch me. Genau, steal me. Guck dir den Schaden, denn es macht nichts. Ja, darum war es auch sehr toll zu leveln. Oh mein Gott. Wie cool wäre das, wenn du wirklich bei einem Randomizer wirklich die Starter alle drei kriegen würdest, einfach from Random. Das wäre richtig cool. Ich wünsche es mir. Guck dir an, was bei mir steht, was kommt. Ein Mozi. Also ist das nicht... Achso, hoppla, ich habe den Namen gefragt. Englisch, weißt du? Hast du mir zu gelesen? Ja. Ich wusste es, ich kenne dich ja. Oh mein Gott. Ich denke mal gerade so... Wait, what? Ist das Video noch gefahren? Aber es wäre egal gewesen. Du bist immun gegen Psychoattacken. Oder wäre es gewesen. Ein Mozi. Guck dir das an. Nichts. Nichts. Ich habe seine Schaden gefressen. Achso, ich habe meinen Smoke. Das ist mein Castform. Schaden ist mein Castform. Genau, wir haben jetzt alle beide so ein Ding, was wir nicht wirklich haben wollen. Sind zwar froh, dass wir es haben, weil wir dann ein Teammitglied haben, aber wir wollen es einfach nicht trainieren. Deswegen habe ich Castform auch nicht trainiert. So, komm er da pur, darfst du gleich gegen die Kämpfer. Allerdings, hey, ich habe einen Schalter gefunden. Geil ja, wenigstens einer. Okay, I'll talk. Let's search, say. Oh mein Gott. The head floor switch is inside something you don't say. Das heißt, du musst jetzt jeden durchprobieren, bis du es gefunden hast, oder was? Ja. Aber es resetet sich doch die ganze Zeit. Ja, es gibt aber eine Combo, also... Sie sagen es eh, dass irgendwie beim ersten Schalter links daneben oder so ist. Ein Remo-Bite. So. No kick. Ich habe jetzt irgendwie... Oh, meine Maus. Ich habe jetzt irgendwie eine Panik gehabt, dass ich mir gedacht habe, scheiße, nehm ich auf. Ja. Du musst den wieder ziehen. Ja, 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 ich nehme auf, keine Sorge. Ich nehme auf. Sehr gut. Wenigstens einer von mir haben. Nein, ich nehme eher auf. Wenigstens einer. Ein Bild können wir verwenden. Yeah. Karate-Jub. Oh, mein Gott. Oh, wow, was kommt eigentlich? Weißt du was? Ich hau einfach mal Sava ein. Dass mir das Reitschuh auch mal hier seinen Auftritt hat. Da-da. Sava-Bloof. Oh, kann ich das? Danke. Ja, Fandashock sollte er treffen, oder? Yes. Und weißt du, was das Beste ist? Guck her, guck her. Ich habe jetzt ein Flug-Pokémon am Feld. Und weißt du, was ich mache? Fandashock. Hoppla, da ist's kaum. Mh. Nützt du schön mal aus, dass dein Aquana das kann. Das ist toll. Aber ganz ehrlich, guck dir mal diese KP an. Mua, 103. 103. Mua. Dr. Daniel. Warte, ab nächstes Level. Kein 103 mehr. Mua. He set up double locks everywhere. Let me give you a hint. When you open the first lock, the second lock is right next to it. Das heißt, wenn es da ist, muss es irgendwo anders sein. Okay. Aber in der Nähe halt. Genau. Gleich daneben. Einer der nächsten Kübel müsste es sein. Okay, so. Okay, ich habe einmal den Schalt. Okay, genau in der Mitte ist ja nur. Okay, oben war er nicht und rechts war er auch nicht. Also rechts war er nicht oder unten war er nicht. Das heißt, er ist entweder hier. Aha, got it. Lucky guys. Oh, der ist auf dem Trinand, alter Mann. Oh, schee, ich bin glästig. Links oder rechts? Oder oben drüber? Ich sage rechts. Oder hast du schon rechts geschaut? Ja, jetzt kann er. Was ist das Eis, glaube ich, Musch? Das war Eis, oder? Nein, Wasser. Oh, Wasser. Okay. Nein, nicht back. Oh, Gott. Please, let me get that switch. Please, let me get that switch. Please, let me get... Hey, there is a switch. Okay, dann ist er drunter. Weil rechts, also links hast du gar nicht geschaut. So, jetzt habe ich Sarah unabsichtlich reingekommen. Hoppala. Das macht ja nichts. Das passt eh. Ja, ich wollte eigentlich Blue Bella reinhauen. Ich habe ein effektives Pokémon eingesetzt. Was dagegen, Senpai? Das ist Poet Pansy. Ein Numel. Nappy. Poet Pansy. Nappy. So, okay. Do it. Seismic toss it. Flip it. I save and fall under fit. So, there you go. Ich bin gleich bei dir. Ja, ja, kein Spaß. Ich tue dabei eh noch safen. Dann habe ich meinen Pokémon noch ein paar Tränke rein. Wo habe ich meine Tränke? Schauen wir mal, wie wir uns schlagen werden. Das ist der unerwarteste Orden, den ich jemals bekam. Und bekommen werde. Oh, so shiny. Kann ich gehen? Gut, dann tun wir es. Yeah, you go. Okay, let's do this. Lee, watch high hands. Hey, kid. What do you think you're doing here? You won't live long in combat. Not with your pony power. I tell you, kid. Electric Pokémon saved me during the war. They sapped my enemies into paralyzes. The same as I'll do to you. Wie nett eigentlich. Gab es da eigentlich einen Pokémon Krieg? Ist das eigentlich offiziell? Es ist angeblich, nein, offiziell nicht. Aber es gibt Theorien, dass es einen Krieg gab. Deswegen sind auch nur Kindertrainer und wenig, wenig Männer, äh, wenig Erwachsene. Understandable. So, ich muss jetzt wieder wechseln. Ah, wechseln wir gleich auf Sarah. Er wirft Nappy ein normales Pokémon vor. Get out of here. Das ist ja gut für dich, junger Mann. Get out of here. Scary face. Tschüss. Und du ist ein Wasser-Pokémon und gegenüber steht dein Sarah. Ja. Ja, ich habe Sarah gerade reingeholt. Der einfachste und unerwarteste Orden, den wir jemals bekommen haben. Ja, you go. Ah, meine Nase juckt. Nappy levels up. Teddy Ursa. Nochmal ein normales Spiel. Bitte. Gut, für dich ist das einfach, ja. Ein Kriegsveteran. Barboj, was ist das? Barboj. Barboj. Auch ein Wasser-Pokémon, glaube ich. Gut, dann lassen wir das gleich draußen, das Sarah. Ja, das ist das. Kann das nicht, konnte das nicht irgendwie... Das ist eines der wenigen Pokémon, die einfach aus meinem Kopf draußen sind. Ich sag's, wie es ist. Das Barboj. Oh, Electric's Powers, we can... Okay, time for Bluebella. Very shit. Lairon. Was ist an Lairon? Keine Ahnung. Habe ich mich verlassen? Lairon, achso. Oh, einer meiner Lieblinge. Sag goodbye. Yeah, bye Lairon. Es lebt Dings dirty, oder? Ich glaube, dass das Dings, ja. Ich glaube, das konnte nie gewonnen hittet werden. Weil ich mochte Stahl Junior, die Vorentwicklung mochte. Das war wirklich niedlich, ja. Ja, und dann dazu das und dann noch das... Und das nächste einfach nur kaboom. Ich muss ganz ehrlich sagen, das erste war so richtig niedlich. Dann hat es sich entwickelt und ich war so... Eww. Nein, ich mochte eigentlich alle. Please put the thing away from me. Mac war Slimer, oder? Was Slimer? Ja, es ist Mac. Mac ist Slimoc. Ah. Solltet endlich mal die englischen Namen auch rechnen? Mackey. Lies Mac umgekehrt. No, I don't. I don't... I don't want to... I don't want to... Lies it! No! Monkey. Schau mal in die Augen. Yes. Warte, yes, yes. Two is. Okay, uh... Kum. Ha, ha! Ha, 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 ha. Ich weiß es ja nicht. Genau, ich bin so unschuldig. Lass mich. Oh mein Gott, I'm still virgin. Oh shit, ich sollte es vielleicht etwas geben. I don't like this. You know what. Thunderbatch! Weißt du, was ich gerade so toll finde? Ich merke gerade, dass mein Bella, also mein Blue Bella, ein Mann ist. Ganz kurz, ganz kurz. Du weißt, dass Gift sehr effektiv gegen Pflanzen ist, oder? Nein, das wusste ich nicht. Gut zu wissen. Bye, Bella. Hello, Sarah. Shockwave. You're lying. Oh mein Gott. You're lying. Soll ich das heilen, oder? Ich habe Angst. I'm scared. Easy, bro. Easy. Okay, okay, ich mache Thunder-Shock. Please, Insta-Kill, please. Nein, das wird nicht Insta-Kill. Destiny Bond. Und Sarah ist da. You gotta be kidding me. Das ist das Problem. Jetzt habe ich u-easy, u-easy alles gehört. Ich dachte, du heilst. Nein, du hast ja nicht so etwas machen. Nein, du hast mich gefragt, sollst du heilen? Easy. Wer war mit Sarah nochmal gelinkt? Ich glaube, dann Masha, oder? Ja. Scheiße. Echt. Ist das jetzt der neue Trend, dass wir jede Episode jemanden verlieren? Ist das so ein Neu-Trend? Ja, ich glaube. Nein. Warte mal, Pikachu war gelinkt mit... Entweder, naja, mit Dings müssen sie sein, mit Aquana, oder? Ich habe es nicht aufgeschrieben. Oh ja, Aquana war mit Hum-Doos da. Ah, ja, stimmt. Das Bluebell... Nein, das war es. Das war Masha. Ja, das war Masha. Goodbye, Neppy. What fun to meet you. Yes. Bitte überlebe, Lucy. Very nice to meet you. Wir müssten einen Death-Counter einbauen, je nachdem, wer wie viele Pokémon angebissen hat. Ich kann nichts machen gegen den. Der killt mich. Ja, und Lucy ist auch down. Das war's. Ich habe verloren. Ich glaube, das war's. Echt jetzt? Der Trend, der leveln wir uns so hardcore ab. Und ein... Pfff... Dings killt uns instant. Echt jetzt? Ja, was soll ich machen? Du kannst mich nicht mit einem Azuril herumrennen lassen. Na... Was soll ich tun? Du kannst mich nicht mit einem Azuril rumrennen lassen. Was kann ich dafür, dass der plötzlich den Slime auch daraus hat? Ich kann ja nichts dafür. Hör auf, Schatz. Nein, das passt schon. Hör auf, Schatz. Der geht zum letzten Spanien. Der Blick gerade. Ich blut kurz kill. Kurz kill nämlich. Ich bin gerade uppist. Das ist wirklich. Das ist so richtig... Okay. Das ist so richtig... Ja. Wir trainieren so hardcore hoch. Und dann ein Slime-Ock killt zwei Stück instant. End. Weißt du, das ist irgendwie gerade so richtig deppert. Gut, okay. Was können wir einsetzen? Was haben wir da? Eigentlich haben wir jetzt recht viele Optionen jetzt. Also ich darf ja nicht teilen, Hoppla. Nein, geh weg. Ja, du darfst schon, aber es ist relativ egal. Das heißt, uns steht ein Wasser-Pokémon bevor. Achso, Hoppla. Und damit wir dann Bluebella im Team behalten können, wäre ich für Turtog und Kleinstein. Du gehst in die Deadbox und du gehst in die Deadbox. Gut, okay, warte mal. Capoeira war ja auch tot, glaube ich. Nein, den haben wir ja eh noch. Können wir eh noch ein. Okay, warte. Capoeira ist Kampf und Gift. Das heißt, das könnten wir sogar einsetzen. Ah ja, Kampf und Boden, Entschuldige. Ich dachte, dass er Gift ist. Aber ja. Was noch? Kleinstein und Turtog. Kleinstein, Turtog. Kleinstein, Turtog. Gleiger und Capoeira. That's the team. Weil Polite ist gelinkt mit einem Wasser-Pokémon. Bayleaf ist gelinkt mit einem Wasser-Pokémon. Von daher, yeah, it's still a team of Brae. Ja, trotzdem, aber wir hätten... Weißt du, wenn wir nicht da Wasser bekommen würden, würden wir ja wirklich viel mehr bekommen. Da hätten wir ja auch viel. Das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Weißt du, das ist immer jetzt so eine abwechselnde Episode. Oder so, einmal bist du schuld, dann bin jetzt wirklich schuld. Oh mein Gott, ich hätte mich nicht mal heilen können, weil ich nur Tränke habe. Nur kleine Tränke. Weißt du? Ich hätte nicht mal ausheilen können. Weil jedes Mal hätte er mich dann gesagt, boom, weg, boom, weg. Hoppla. Oh, das ist anstrengend. So, gut. Da hätte ich immer gesagt, beenden wir die Episode des Trauerns und der Freude. Oh mein Gott. Nothing. Ja, was soll ich sagen? Das heißt, wir werden einfach zur Höhle gehen, die Trainer dort am Weg fertig machen und schauen, dass unsere Pokémon bis zur Höhle wieder Level 25 sind. Mit Recording oder ohne, das könnten wir jetzt schon wieder machen. Es ist viel zu lang. Okay, ich beende die Episode. Es hat mich gefreut, liebe Freunde des Internets. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und wir sehen uns alle wieder im nächsten Part, meine Freunde. Also, see ya. Bis zum nächsten Mal.